Hallo zusammen, ich bin Theresa Marend und wir suchen motivierte Mitarbeiter für unser Team. Unsere Voraussetzungen dafür sind eine aktuelle Strafregisterbescheinigung, Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und man sollte mindestens 20 Jahre alt sein. Ein B-Führerschein wäre absolut von Vorteil. Als Kaufhausdetektive suchen wir Vollzeit- und Zeitmitarbeiter. Wenn wir ein bisschen Erfahrung mitbringen, wäre das super. Im Sicherheitsdienst suchen wir Unterstützung, im Objektschutz und im Streifendienst. Auch da ist ein bisschen Erfahrung vom Vorteil. Geringfügig suchen wir immer wieder helfende Hände für den Veranstaltungsschutz. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind Gier. Es ist ein sicherer Job und eine ganz faire Bezahlung. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann merke sie bei uns, denn wir freuen uns immer wieder über tolle Mitarbeiter.